Luigi, hier müssen wir langsam sein. Wie langsam? Ich renne einfach vorwärts. Warte, warte, nein, nein, nur überall Kanonen. Katztastisch, begrüßen wir euch zu Mario Maker 2 hier auf Katze. Ja, und Joshi, es gibt es auch heute wieder zusammen mit L-Girl. Hallo, meine Lieben. Oh, Quatsch, die schlittert übers Eis. Oh, ein Feuerwerk gibt's auch für uns. So fängt das Video an. Sie spielen natürlich als Eiji und ich als Mario. Und das erste Level, ganz kurz noch zur Einführung gesagt, ist von E-Kickerlo. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Guck mal, mit unserem Knutschkutschen. Warte mal, wo willst du hin? Müssen wir nach oben? Weiß ich nicht, ich dachte, ich guck mal, ob es hier oben irgendwas gibt. Ich habe Schwierigkeiten beim Steuern. Ja, ja, dranbleiben, dranbleiben, wir schaffen das. Oh, ich bin auf jeden Fall nicht mehr in Höhe. Da komme ich. Hey, guck mal. Hey, das war ein bisschen mein Sound, war zeitverzögert. Achtung, Achtung, Achtung. Da ist Baby Bowser. Baby Bowser kriegt Zungenküsse von uns. Ne, Bowser Junior. Bowser Junior ist das. Mach ihn platt, mach ihn platt. Schnell, 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 schnell. Oh nein, oh, da bin ich schon was abgerichtet. Ich gehe wieder auf die andere Seite. Nein! Was machst du? Ich schaffe es, komm, komm. Schnapp dir Yoshi. Oh nein, nein. Yoshi, komm her. Oh nein, nein, Yoshi ist auch weg. Joshi ist tanzt mit dem Rastlein wieder. Wo bist du? Ich weiß es nicht, mich hat die Kamera, glaube ich, runtergezogen. Da, 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 zack. Wo bin ich? Jetzt siehst du dich nicht? Ja, jetzt habe ich mich wieder gesehen. Yoshi, komm her, komm her. Schnell, schnell, schnell. Chaos pur. Nein. Oh nein, schnell, ich habe den Schlüssel. Oh, ich warte schon. Achtung, Achtung, da gehen wir jetzt rein. Ja, ich gehe halt... Oh nein, ich wollte dir Platz machen. Alles gut. Ich gehe halt ohne Yoshi ins Ziel. Und da ist das Ziel, geschafft. Und Ziel. Schnell ins Ziel, ins Ziel. Ich kann mich nicht festhalten. Ach so, weil du Yoshi brauchst. Toll, jetzt bleibst du da stehen. Boah, Mario geht in den Kindergarten. Mario geht in den Kindergarten von Bilderpapi. Von Bilderpapi. Hallo Bilderpapi. Vielen Dank für dein Level. Und was könnte das sein? Das sieht aus wie, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht wie so ein Matratzen... Weißt du, wie so die Turnstunden im Kindergarten abgelaufen sind? Ah, okay. Mit so Matratzenwelten. Sollen wir da rein? Eine Matratzenwelt. Dann gehen wir da mal rein. Und wo sind wir jetzt im Kindergarten? Äh, in der Bauecke. Wir schnappen uns jetzt heimlich den Schlüssel. Den Schlüssel von der Erzieherin. Genau, von der Erzieherin den Schlüssel geklaut im Kindergarten. Und dann schleichen wir uns heimlich raus. Helme! Ja, geh du mal mit dem Helm und ich folge dir. Wöp, wöp. Wöp, wöp. So, du bist jetzt verkleidet. Du kannst jetzt rausgehen, ohne dass... Ich kann das machen. Ja, du kannst jetzt nur laufen, aber... Oh, ich lasse, ich wollte auf die drauf springen. Ne, die Gegner erkennen dich dann nicht. Weil sie denken, du bist einer von ihnen. Oh nein. Oh, das war knapp. Und, Achtung. Und, Biu. Boah, zum Glück hatte ich was in der Hand, sonst hättest du mich jetzt erwischt. Aber das war Absicht dieses Mal. Ja, 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 ja. Ich wollte hier ein bisschen ärgern, ne? So. Und jetzt müssen wir hier weiter. Ach so, ich hab Angst. Komm, wir nehmen einfach einen Trampolin mit. Guck mal. Mit Y. Ja, mit Y. Genau. Guck mal. Sehr gut, machst du das. Boom. Schau durch die Röhre. Na, aber ich glaube, ich nehme das... Soll ich das mitnehmen oder glaubst du, ich brauche das? Ah, nee, brauchst du nicht. Komm mit. Und durch die nächste Röhre kommt. Ich frage mich, was das für ein Bereich im Kindergarten ist. Da gehen wir jetzt wieder in den Kindergarten rein, oder? Das war... Wir hatten kurz eine Gartenstunde. Eine Gartenstunde. Wir waren draußen auf dem Spielplatz. Wow, wow, wow. Das ist die böse Erzieherin. Nein. Die böse Erzieherin Renate. Mach die Renate platt. Ja, warte. Oh nein. Achtung. Luigi Elge. Achtung. Mach Renate platt. Renate. Achtung. Und jetzt... Renate besiegt. Renate besiegt. Hey, mein Sprung war zu weit. Nicht schlimm. Sehr gut. Hast du trotzdem toll gemacht. Dankeschön. Wir konnten uns sogar Renate besiegen. Mario und sein Kindergartenfreund Luigi. Jetzt kommt Lini Bini. Aufbossen. Okay, los geht's. Oh, Achtung. Da steigt ja die Lava auf. Oh, ich seh... Oh, hast du mir einen Sprung gesehen? Jetzt aber... Ich glaub, du musst schnell... Weiter. Ja, dachte ich auch. Aber es ist sowas wert. Wie weit steigt die Lava? Achtung. Oh, ui, ui, ui. Okay, jetzt müssen wir aber vorsichtig sein. Okay, ich komm zu dir. Warte, ich schnapp dich kurz. Uh-huh. Weil das sieht gefährlich aus. Nicht, dass uns die Kamera runterzieht. Ein Aufzug. Oh. Oh. Einmal 50 Münzen für uns. Ja, 50 Münzen. Ein 50er-Taler. Ein 50er-Taler von... Da, Gobert Duck. Guck mal, wie der da steht. Mit den Fersen hebt er sich fest. Wie auch immer ich das jetzt gemacht habe. Oh, das war... Ui, ui, ui. So, Achtung, schmeiß dich jetzt und dann geht's für dich weiter. Oh. Toll. Ich wollte sagen, okay, aber ich hatte nicht mehr Zeit zu reagieren. Ich dachte, du landest da oben. Entschuldigung. Entschuldigung. Okay, und jetzt? Jetzt. Du musst die Renntaste gedrückt halten, dann kannst du hier einmal durchrennen, ohne dass du durchfällst. Okay, ich gebe mein Bestes. Ja, genau. Nicht schlecht. Nein. Und in die Säge reingesprungen. Die Sägeplatten. Naja, so schlecht war es nicht. Ja, du warst schon gut. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh. Oh, fast die Nase getroffen. Das war knapp. Ich glaube, es ist an der Fahne. Oh, Vorsicht, 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 du Ding. Oh. Oh, ich wollte schon fragen, wie kommen wir da durch? Und da müssen wir jetzt reinrutschen. Ich wollte immer nicht drüber springen. Du kannst dir die Feuerblume holen. Welche? Da hinten. Ah, okay. Oh, aber wie komme ich hier durch? Und ich rutsche durch. Ja, kannst du normalen durchlaufen. Ah. Und ich komme hinterher. Oh. Interessant. Ey, das, was war das? Voll von der Kanone getroffen. Warte mal, ich glaube, wir müssen mit Hilfe der Bomben... ...ein Loch machen. Und ja, auch eine Feuerblume. Lassen wir überhaupt zu? Ja, wir müssen mit dem Bomben ein Loch machen. Ja, dann vielleicht magst du mir helfen? Ich habe eher Angst, dass ich kaputt gehe. Magst du mir vielleicht helfen? Ich bin auch so unschlüssig. Bitte. Bitte. Kommst du jetzt? Nein, komm, lass uns die mir in die andere Richtung. Das wird bestimmt nichts sein. Komm, doch, bitte Geld für uns. Ja, ein Zehner. Hier geht es nicht weiter. Komm, jetzt. Jetzt helfe ich dir. Okay. Aber ich will so, also nicht böse sein, wenn es nicht klappt. Ja, ja, alles gut. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wow. Wow. Wie geht das? Ja, einfach so. Zack und warten. Fertig. Oh. Voll die Bomben. Guck, schon geschafft. Okay. Das nächste Mal, wenn es sowas gibt, mache ich das dann. Okay, warte, komm, ich mache dir eine Räuberleiter und du gehst durch die Röhre. Ja, und hoch. Ja, das hat direkt beim ersten Mal funktioniert. Im Gegensatz zu den Bomben. Aber das nächste Mal helfe ich dir, versprochen. Ja, ja, ja. Wow, Koopas in Unterhemden. Ah, nee, gar nicht wahr. Das sind Knochen trocken. Knochen trocken, ich hab's gemerkt. Und keine Koopas in Unterhemden. Achtung. Vorsicht, Vorsicht, du hoffnest. Glocken, schnell hier durch, schnell hier durch. Ja, ich beeile dich nicht. Oh nein, Alex. Lauf du weiter, nein. Ich bin nicht gescheitert. Okay, ich hab's doch noch geschafft. Ich dachte... Boah, ein Bumbo brennt. Sei bloß vorsichtig hier beim Bunsenbrenner. Ah, warte, warte. Boah, genau in die Ava-Fugel. Und jetzt springen wir in den Knochen-Trocken-Panzer. Hä, ich will auch rein. Ja, kein Problem, da kommt gleich nochmal einer für dich. Okay, warte. Oh, ist okay. Wollte grad sagen. Du, 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 du. Du, 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 du. Oh, wer ist da? Guck mal. Das ist ein Knochen-Trocken-Rund-Gast-Geschaft. Du, ich bleib hier. Ich geh noch ein bisschen baden in der Lava. Okay. Mach's gut, Luigi. Ich bleib hier im Freibad. Willst du gleich, Mario. Nini Bini-Pockis in der Wüste. In der Wüste. Oh. Ah, das sind die starren Köpfe. Oh. Ups. Dachtest du, dass du mal auf die Köpfe springen kannst? Ja. Irgendwie hatte ich das so in Erinnerung. Aber das hatte ich wohl falsch in Erinnerung. Aber jetzt weiß ich ja Bescheid. Jetzt weißt du Bescheid. Und wir können dann nach oben. Was ist das für eine Mario-Musik? D-d-d-d-d-d-d-d-d. Mario 3D World. Ah. 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 Habe ich gerade im Kopf. Ich weiß auch nicht warum. Guck mal, guck mal. Siehst du, da ist eine Minze nicht ausgefüllt. Wo? Hier. Da ist bestimmt was Verstecktes. Guck. Zack. Ha. Feuerblumen. Ich renne durch. Ich bin auch noch eine. Danke schön. Du bist aber mutig reingesprungen. Und glaubst du, wir können... Wow. Oh, Elgel, Elgel. Ha, 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 ha. Da musst du dich sofort bewegen bei solchen Donutblöcken. Nein. Doch. Doch. Ja, ich weiß. Aber ich habe nein gesagt, weil ich in den Pocky-Nike-Spurno bin. Ach so. Wow. Warum läufst du auf den Stacheln? Ich weiß nicht, dass ich leider sag hier. Komm jetzt. Okay. Was kommt jetzt? Ah ja, jetzt sind wir im Ziel. Aktivieren. Du aktivierst und wir springen dann hoch. Bereit? Ja. Okay. Dann komm. Okay. Eins, zwei, drei und... Ha, ha, ha. Abgestürzt. Und aber gerade noch bestätigt. Mensch, Elgel. Elgel. Surprise from above. Okay. Von Chas Manon. Eine Überraschung von oben. Mal gucken, was passiert. Wow, wo bin ich hier? Mir passiert so viel. Du bist der kleine Luigi. Der kleine Luigi. Der kleine Gärtner. Der kleine Gärtner. Oh nein. Mit der Hand den Stein gestreitelt. Komm ich da hoch? Ja. Oh nein. Oh nein. Sterne, Sterne, Sterne. Komm schnell, schnell. Wir holen dir auch gleich einen Stern. Jetzt. Gas geben, Gas geben. Perfekt. Alles mitnehmen. Oh, du hast dich verwandelt in so einen anderen Luigi. In so einen Magic Luigi. Ne, der sieht schon anders aus. Der ist aus Mario Brothers 2. Aber gut, wir haben das Level kurz und geschafft. Schleiner als ich dachte. Sammy, Katze. Okay. Oh, schon wieder Lava. Lava Level. Okay. Okay. Geh du vor. Ich hab Angst. Hey, hast du gut gemacht? Okay. Ich wollte gerade sagen, gut gemacht und dann zack. Hey, da oben. Da oben kommt das. Ja. Wer ist das? Ich glaube, das war Iggy oder... Nein. Guck mal. Auf jeden Fall gibt es hier Feuerblumen. Okay, schießen, schießen, schießen. Ich bin ein bisschen überfordert. Hilf mir, Mario. Oh, ich hab heiße Füße gekriegt. Guck mal, ob es da vorne noch Feuerblumen oder sowas gibt. Nochmal heiße Füße. Schnell, schnell, schnell. Wer ist das? Bowser. Das ist Bowser. Ja, der allererste Bowser. Du hast es geschafft. Du hast den Schlüssel. Komm, gemeinsam sind wir stark. Wir müssen jetzt gemeinsam weiter. Achtung, Achtung. Jetzt. Die Tür auf und geht durch. Ja, bin ich doch. Ja, ich hab fast noch Feuerfüße bekommen. Ach was. Guck mal. Ein Thwomp. Ein was? Thwomp. Ein Thwomp? Die heißen so Thwomp. Echt jetzt? Ja, wirklich. Thwomp. Oh, guck mal. Doink, doink, doink. Oh, no. Ja, siehst du, weil du auch beim Kopf rumgesprungen bist. Ja. Achtung, Achtung, Achtung. Komm, was runter. Wo sind wir jetzt? Komm, wir müssen hier mal rechts weiter. Ah, du hast noch eine. What? Nein. Nicht aufgepasst. Super. Ich hätte es so gerne gemacht mit diesen Hänge-Dingern. Ja, beim nächsten Mal. Vielleicht kommt noch mal so eine Passage. Nochmal Feuerblumen. Warte mal, warte mal. Müssen wir da runter? Wow, warte auf mich. Ja, komm. Wo willst du hin? Weiß ich nicht. Ich probiere das jetzt einfach aus. Aber hier gibt es schon wieder ganz schön viele Feinde, wie ich das sehe. Hey, die Mauer geht weg. Warte, warte. Das ist gut. Wir müssen Müll. Autsch, mein Kopf. Wir müssen München sammeln. Und? Duck dich, duck dich. Komm zu mir. Komm jetzt zu mir. Ja, warte. Ich kann nicht so schnell. Warum nicht? Einmal. Uah. Und zwei. Nein. Nein. Toll. Aber da oben ist so eine Feuerblume für mich. Das habe ich mir gemerkt. Oh. Oh, nein. Hey, girl. Ich erbe jetzt es gut. Wenn ich kleiner bin, fällt es mir leichter hochzuspringen. Oh, da ist noch einer. Guck mal. Wer ist das? Armec. Nein. Das ist Larry. Larry. Hi, Larry. Mach ihm einen Platten mit deiner Feuerblume. Ach so. Schnell, schnell, schnell. Guck mal jetzt. Du machst ihn platt. Ich warte. Okay. Ich lenke ihn ab. Guck, der schießt. Der versucht mich abzuschießen. Siehst du? Ja, aber wenn... Gut gemacht. Gut. Ja, sag ich doch. Ja. Ich habe gar nicht gemerkt, dass der versucht hat, nur auf dich zu zielen. Oh, Mensch. Elbe. Wo warst du wieder? Tschuldigung. Hey. Oh, oh, schnell zurück. Ich glaube, wir mussten nur den Schalter aktivieren. Also, oh nein. Du bist noch reingelaufen. Oh, ich auch. Warte mal. Vielleicht ist da was. Ja, nochmal Feuerblume. Nimm dir auch eine. Wo ist der? Wo ist der? Ach so, spring nicht hoch. Spring nicht hoch. Sehr vorsichtig. Ja, jetzt schießen. Sehr gut, sehr gut. Die Donutbrücke. Achtung, Achtung, Achtung. Oh nein. Ein Treffer noch. Dann ist er weg. Dann ist er weg. Wieder voll dagegen. Ja, du hast es geschafft. Das war echt nicht einfach. Komm, wir durch. So, was gibt es hier Schönes? Hey, nein. Guck mal. Überall, wenn wir hochspringen, gibt es Blöcke. Ach, hier nicht. Guck. Ja, hol mal die. Aua. Den Korps. Ich glaube, da wurden wir veräppelt vom Level. Ein Prank-Level? Ich hoffe nicht. Na, oh. Ich bin doch noch irgendwie rausgekommen. Toll. Und ich? Komm, du schaust es auch. Oh nein. Ja, ich habe die Münze. Oh nein. Komm schon. Ey, girl. Okay, warte. Warte mal. Vielleicht gibt es hier einen Weg. Nee, hier gibt es gar nichts. Komm. Guck mal, wie lost mein Luigi ist. Hier müsste es weitergehen. Hier. Hier quer rüber. Boah, weißt du, wie schwer das ist? Nein. Nein, du steckst fest. Wie kommt es hier? Oh, ich habe es hier ausgeschafft. Das sah aus wie so ein kleiner Donkey Kong. Ich war ein kleiner Frosch. Oh, was ein Sprung. Hell, girl. Du bist richtig gut. So. Jetzt müssen wir da durch. Wie machen wir das? Indem wir rennen und dann nach unten drücken, um zu rutschen. Okay? Okay, ich lasse dich mal kurz durch. Warte mal. So, guck. Und jetzt du. Okay, warte. Nicht springen, rutschen. Okay, warte. Nächster Versuch. Nicht springen, rutschen. Oh nein. Rennen. Rennen sollst du. Weißt du, wie schwierig das ist? Elgöl, jetzt. Komm. Nein, rennen. Rennen. Warte. Ey, girl, jetzt. Wow. Ich hab dich fast runtergeschuckt. Sehr gut. Aber du hast es geschafft. So, jetzt vorsichtig. Und noch runter. Man sieht ein bisschen aus wie Meister Propper mit seinem weißen Anzug. Findest du nicht? Wir sind so zwei Gärtner. Guck mal, jetzt schubs ich dich. Warte. Warte. Geh mal vor. Und jetzt müssen wir nochmal. Oh nein. Zu weit geschubst. Abgestürzt. Meine Schuhe. Tut mir leid. Alles gut. So. Wow. Oh nein. Wow, ist das schwer? Ist das schwer? Wow. Wow. Wie hast du das gemacht? Ich bin ganz wild auf die andere Seite gesprungen. Okay, warte. Nehme ich mich. Elgöl, komm hoch. Okay. Wow, da ist jemand. Guck mal. Warte mal, warte mal. Wie müssen wir das machen? Nach vorne schießen? Das ist wichtig. Bleib kurz in der Blase. Wow, wow. Oh, zum Glück war ich kurz unverwundbar. Feuerblume. Perfekt. Du hast auch noch eine. Komm. Und du hast den Schlüssel. Und? Ab durch die Röhre. Nein, du hast den Schlüssel wieder. Hab ich den? Ja. Du hast den. Nein, guck. Stimmt, du hast recht. Oh nein. Wow, hier passiert aber viel. Und ich werde gegrillt. Du musst sie zurückgrillen. Nein. Ich habe keine Feuerblume. Ich glaube... Spring auf ihre Köpfe. Ich glaube tatsächlich, dass du viel Arbeit hier hast. Wir haben Iggy schon besiegt. Iggy, okay. Jetzt noch Wendy und Morten. Nein. Ich werde schon wieder gegrillt. Komm, komm, komm. Wir machen sie platt. Und... Das wird jetzt richtig spannend. Hey, ich kann hier nichts anfassen in dem Level. Ich versuche jetzt eine andere Taktik. Ich spring einfach auf die Köpfe von denen. Nein, 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 nein. Warte, Feuerblume. Ja. Ich habe zwei Schlüssel. Hä? Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht kriegst du noch einen dritten. Ach nee, zwei. Komm, wir laufen weiter. Wir laufen weiter. Okay, warte. Und... Gut, dass wir nochmal alle besiegt haben. So werde ich jetzt ohne Schlüssel weiter. Du alle besiegt hast. Ja, du hast geholfen. Gerade Iggy, den hast du angesprungen. Was steht hier? Sammy. Das war jetzt das sein oder ihr Level. Echt? Steht das da? S-A-M-I. War das ein S? Oh, Pizze. Pizze. Pizze, lecker, lecker. Pizze. Lecker, schmecker, 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 schmecker. Oh, das Lava. Oh, das Lava. Oh, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Oh. Okay, ich habe ihn. Aus meiner Blase. Komm hier rüber, L-Girl. Ja, warte. Jetzt. Okay, ich habe dich. Jetzt habe ich den Schlüssel. Warte. Jetzt hast du den Schlüssel. Alles gut, nimm ihn. Okay, okay, Achtung. Jetzt. Spring auf. Du schaust das. Nein. Und riu. Du hast den gedrückt, dann kannst du höher springen. Ja, ich nehme den kürzeren Weg. Okay, spring. Und... Ich mache dir in der Räuberleiter. Und... Ich bin da. Okay. Und... Geh du vor. Aktiviere das. Und dann gehen wir rein. Okay, was? Autsch. Kannst du das aktivieren? Kann ich auch machen. Okay, los geht's. Okay, ab durch die Mitte. Ich komme nicht rein. Das Schlüssel ist zu weg. Einfach runterdrücken. Okay. Wow. Wohin fallen wir? Wow. Wow. Nein. Du bist von dem gesprungen. Ich war gerade so fasziniert, dass ich abgestürzt bin. Okay. Hey Sammy, super steht hier. Wow. Da unten ist Bowser. Und da ist Bowser. Aber ein Riesen-Bowser. Nein. Was machen wir? Wir sind kurz vorm Ziel. Du musst es jetzt schaffen. Nein. Ich warte auf dich. Ich komme schnell zu... Ich bin einfach wieder durch die Tür gegangen. Du bist einfach nach Hause gegangen. Komm, neuer Versuch. Ich habe mich in Sicherheit gebracht. Wir sind kurz vorm Ziel. Wir dürfen jetzt keinen Fehler machen. Achso. 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 Und ich... Nein. Du bist mit Bowser baden gegangen. Ich bin mit Bowser baden gegangen. Aber Hauptsache, wir haben das Level gemeinsam geschafft. Das stimmt. Mario's Journey. Die Boo-Bord von... Ninterik. Oha. Ich bin sehr gespannt, was er das Schönes für uns gebastelt hat. Und an dieser Stelle noch ein ganz wichtiger Hinweis. Wenn ihr möchtet, dass wir eure Level spielen, schreibt eure Level-Codes gerne hier in diesem Video in die Kommentare. Und das gilt auch für alle Level, die jetzt heute nicht drankommen, da im letzten Video einige Level-Codes leider nicht korrekt waren. So. Und jetzt? Zurück zum Spiel. Du hast Yoshi. Du machst Licht. Ich habe leider keinen Yoshi. Ganz genau. Aber okay. Was machen wir hier? Ich glaube, wir müssen den Kollegen besiegen, damit wir einen Schlüssel bekommen. Aber ich kann nicht helfen. Nein. Oha. Rette dich. Der hat uns runtergeschubst. Okay. Jetzt schauen wir dem Hui-Bui direkt in die Augen. Hey Hui-Bui. Und der denkt sich, boah, die shake. Ich mache die Augen zu. Vielleicht können wir hier drüber springen. Guck mal. Du vielleicht. Oh nein. Unser Yoshi wird gekippt. Komm mal. Jetzt haben wir ein bisschen geschummelt. Komm mit, Elke. Hörl. Die Geister kommen. Das ist Ziel. Aber das war fies da oben. Also, Nenterik, da hast du uns einen Streich gespielt mit dem Lemmy da oben. Also, der schubst einen ja sofort runter. Anukario, YouTube, Katzen-Mario im Meer. Erreiche das Ziel als Katzen-Mario. Na dann. Oh, da ist schon dein Kostümchen. Ja, aber auch als Katzen-Luigi. Vielleicht finden wir nochmal eine Katzen-Glocke für dich, liebe Elke. Vielleicht. Warte auf mich. Ich komme noch. Ja, komm schon. Ich komme, ich komme, ich komme. Hallo. Ich dachte, Katzen sind die besseren Schwimmer. Weiß ich gar nicht. Ja, ich bin der... Ähm... Ne, Katze mögen kein Wasser anscheinend. Ah, okay. Vielleicht können uns die Katzen-Besitzer... Oh, ne, ne, ne. Da habe ich nicht aufgepasst beim Blooper Trooper. Tut mir leid. Ja, alles gut. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, vielleicht können uns die Katzen-Besitzer hier mal aufklären. Vielleicht. Vielleicht. So, Achtung, guck mal, wie schnell bei Luigi schwimmst. Aber leider kannst du nicht ins Ziel, weil du kein Kostüm trägst. Oh, nein. Ich habe hier unten auf dich gewartet. Komm. Okay, Elke. Danke, dass du mir zuguckst, wie ich mich freue. Katzen-Mario maskiert im Haus. Erreiche das Ziel als Katzen-Mario. Ebenfalls von Anucario. Guck mal, ich habe auch ein Kostüm dieses Mal. Okay, aber diesmal nicht verlieren, okay? Miau. Okay. Achtung, Achtung. Schnapp dir einen Block. Einen Helm jetzt. Mit der Schulter-Taste kannst du fliegen. Okay. Bis zu dreimal. Ja, aber nicht gleich alles verbrauchen. Siehst du die gelben Punkte? Aha. Da siehst du, wie oft du diesen Flug einsetzen kannst. Ah, okay. Du zum Beispiel jetzt gar nicht mehr. Ja, aber ich muss nur kurz zum Boden kommen. Oh, Power-Block. Power-Block. Soll ich auch? Ja, hol dir auch einen. Okay. Power-Block. Power-Block. Okay. Und. Cool. Ja. Ich glaube, ich hatte noch nie einen Power-Block. Echt nicht? Ich weiß es nicht, aber das ist cool. Und jetzt kriegen wir eine Rakete, einen Kugel-Willi. Hey, cool. Guck mal, wie cool ich aussehe. Der Trick an der Sache ist, ich zeige es dir. Du musst in der Luft die Sprung-Taste drücken. Aha. Dann kannst du nämlich fliegen. Okay. Achtung. Oh. Ja, komm hier rüber. Wir machen es gleich hier drüben, okay? Okay, ich versuche es. Und los geht's. Gut gemacht. Yeah. Oh, voll gegen diese Rampoline. Ich zeige dir. Wir müssen eine Etage tiefer. Gut. Oh Gott. Achtung und. Gut. Nein. Oh nein. Nein, nicht so schlimm. Und jetzt gibt es ein Goomba-Kostüm. Guck mal, wie ich dann laufe. Wie ein Goomba. Warte auf mich. Warte auf mich. Komm, hier geht's in den Abgrund. Schwung rüber. Oh, Kanone. Kanone-Futter. Ja, hol dir auch eine und dann können wir die ganzen Blöcke zerstören und einfach schießen ohne Ende. Boom. 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 Oh. Hey, ich glaube, wir haben das Ziel schon gefunden. So schnell kann das meinstwag gehen. Und ich kann mich schon wieder nicht festhalten. Ah ja. Leider kein Katzenkostüm. Ja, alles gut. Da freut sich unser Freund. Und jetzt ein Level von Leon. 1.0. Für Katze. Mhm. Dankeschön, Leon. Danke auch an alle, die die ganzen Level bauen. Was ist das denn? Huh. Oh. Ich dachte, ich versuch's. Das sieht fies aus. Okay. Cool. Cool. Ja, ich weiß nicht. Schwierig. Oha, ich war unverwundbar. Spring. Bleib da drüben. Genau, genau. Und jetzt gehen wir durch die grüne Tür. Durch die grüne Tür. Als ob hier noch eine rote wäre. Ja, das ist mir wichtig, das zu betonen. Ach doch, warum sind Stacheln? Ich weiß nicht, wie schnell wir uns hier fortbewegen können. Nicht, dass gleich wieder ein Hindernis kommt. Das erinnert mich an das Türen-Level. Weißt du noch? Ja, ja. Die grüne Türenröhre. Das war von Linus oder von seinem Bruder. Ja. Türe, Röhre, Röhre, Türe und so weiter. So, jetzt nach links. So, weiter. Okay, hier kann theoretisch nichts kommen, weil wir ja nicht ausweichen können. Ah ja. Also hier dürfte sozusagen nichts kommen. Eine Röhre. Rein mit uns. Blä, 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 blä. Wow, Brokkoli-Band. Das ist Lemmy. Der Brokkoli. Hey, ich bin auch so cool. Entschuldigung. Hä, wo? Ich bin auszusehen in die Röhre zurückgeschlupft. Oh, einfach mal reingeschlupft. Komm, nochmal. Ja, ich bin jetzt auch so ein Kostüm. Ja, schnapp dir gleich ein Schwert. Ja, wow, wie gut. Jetzt bist du Link aus Zelda. Wie gut. Einmal draufgehebst. Ja. Ach so, und. Mit den Schultertassen kannst du Pfeile schießen. Aua, voll. Mach ihn he. Ja, komm, du magst mir vielleicht helfen. Ja, ich will. Solange der vor der Röhre sitzt, kann ich nichts machen. Doch, der Kopf springen. Genau, guck mal. Wie wild du warst. Dankeschön. Wie ein wilder Bube. Und ich habe wieder ein Zelda-Kostüm. Boah, gleich eine Röhre. Du bist sogar der Original-Zelda, denn der Originale ist grün. Ah, cool. Ah, mach du mal die Arbeiten. Komm, mit dem Schwert. Oh, hier brauchen wir Bomben. Wo gibt's Bomben? Hier haben wir in der Hosentasche. Zack. Ah, einfach mal die Bomben aus der Hosentasche gezogen. Da musst du nur nach oben und B drücken. Okay, warte. Dann kommt die Bombe schon raus. Tschuck. Ach so. Ja, genau. Und boom. Cool. So, tschuck. Okay. Ich nehme ein paar Pfeile noch. Aber das hilft, glaube ich, nicht. Ihr habt Pfeile, wie gesagt, mit der Schulter-Taste. Okay, ich versuch's. Warte, und... Warte, äh. Ey, girl, komm jetzt. Äh, mach du mal, es hilft dir. Ey, girl. Bombe ist oben B, genau. Weg. So, jetzt... Du hast sie auch noch richtig positioniert mit einem Pfeil. Hajo. Hajo. Und jetzt? Ah, komm, ich mach dir Räuberleiter. Nee, brauchst du nicht. Mit Pfeil und Bogen. Guck, warte. Zack. Wow, cool. Und weiter geht's. Oh, Zahnräder. Ja, leider nicht. Schön wär's. Okay, aber das... Sägeblätter. Äh, mein ich ja. Wow. Die zersägen uns. Die haben deinen Popo fast zersägt. Ei, 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 ei. Vor allem... Ich warte mal, bis du... Oh, nein. Ich hab mein Kostüm verloren. Komm, Rüber. Oh, oh, oh. Oh, geschafft. Ruby, 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 Ruby. Ruby, Ruby, Ruby. Los. Soll ich gehen? Okay. Ja. Die Füße wurden zersägt. Mit dem Schwert gezeigt, in welche Richtung du laufen musst. Los. Ja, los. Achtung. Komm, du bist unverwundbar. Ich war unverwundbar. Ja, ich möchte mein Zelda-Kostüm eigentlich nicht verlieren. Warte, und? Wow, geschafft. Okay, jetzt... L-Girl, nicht so rumkraken, wie du mal so sagst. Oh, nein. Oh, und ich hab das Ziel berührt. Wir kriegen Zelda-Musik zu hören. Sehr schön. Cool. Boing, 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 boing. Was machst du? Jetzt kommt... Dead Egg Play Bombenalarm. Uhlala. SOS Bombenalarm. Zieh die Stäbe raus und lass es raus. Ich glaub, da ist wirklich Bombenalarm. Ja, sei vorsichtig. Okay, Achtung. Warte, warte auf mich, warte auf mich, warte auf mich. Ja. Komm, ich komme. Okay, jetzt müssen wir langsam auf die Plattform. Okay. Und dann gemeinsam... L-Girl, L-Girl! L-Girl, warte auf mich! Komm schon, Mario! Das ist gefährlich. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Toll! Warte, lass mich hier nicht so einfach stehen. Jetzt kommt der HuiBui7. Ein L-Girl-Fan-Level. Ein Level nur für mich. Wie cool. Ich fühle mich geehrt. Obwohl es ein Level für dich ist. Aber voll lieb, dass ihr ein Level für L-Girl gestaltet. Ja, aber ich hoffe, es ist für mich machbar. Komm! Ja, ich komme, ich komme raus! Boah, wie cool! Gerade noch rechtzeitig. Komm, wir gucken mal, welche Röhre wir annehmen. Ja, nimm mal eine. Okay, die ganz rechte. Mal gucken, wo wir da rauskommen. Und? Bei den Knochen trocken. Hallo, Knochen trocken. Okay, und jetzt? Viel mehr scheint es hier nicht zu geben. Ich würde sagen, zurück durch die Röhre, oder? Wir müssen anscheinend, so wie ich das Level jetzt bisher verstehe, vier rote Schlüsselmünzen finden. Damit wir das große Schlüsseltor öffnen können. Die Schlüsseltür. Ah, okay, ja, wegen den roten, ich bin abgestürzt, sorry, wegen den roten Strichen da oben, gell? Wow, 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 Achtung! Ja, genau, wegen den Strichen, richtig. Äh, Kettenhunde! Ja, aber wo müssen wir hin? Ich glaube, müssen wir durch die Röhre. Weiß ich nicht. Au, voll drauf. Ich laufe mal durch die Röhre. Okay. Komm mit. Ich bin schon da. Komm mit, bleib nicht am Rande stehen, oder? Warum sind wir schon wieder hier? Na gut. Na, toll. Wir haben zumindest die zweite Münze. Jetzt gehen wir da rein. Okay, ich weiß nur noch nicht, wie ich da... Ja, warte, du kannst ja nicht schweben. Hui. Oh, Spuisel, Spuisel. Hier sind einige Wiggler unterwegs. Was wollen die denn? Warum springst du hoch? Ja, aber es hat doch nichts mit dir zu tun, oder? Nein, ich dachte, du hast mich hochgedrückt, aber... Habe ich? Weiß ich nicht. Vielleicht bin ich auch selber hochgesprungen. Ja, ich müsste das am Ende im Video nochmal angucken, wie wir das gemacht haben. Aber wir jetzt mit Spielen kann ich ja nicht zurückspulen. Er hat mich in den Popo gebissen. Oh, geh da rein. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, eine letzte Münze noch. Und dann können wir das Tor öffnen. Das Elgertor. Hey, ich schmeiß mich doch. Oh, hast du gesehen? Warte mal, sind wir hier richtig? Nein. Ah, das ist wahrscheinlich das mit dem Knochen-Tronk von vorhin. Nur aus einer anderen Passage, sozusagen. Toll. Voll den Kollegen geküsst. Gibt es hier oben noch was? Okay, oh nein. Ah, ich gehe gleich mal in die Röhre. Komm, an. Boing, boing, boing. Du bist schon schneller dran. Okay, nächster Abschnitt. Und... Ich glaube, ich nehme dich kurz mit. Aha. Nur wegen der Kameraführung. Ja, okay. Und jetzt gehen... Ach, guck mal. Oh, da gibt es noch Kostüme. Warte. Ja, hier. Achtung. Jetzt. Ich gehe schon mal in die Röhre und dann holen wir uns die letzte rote Münze. Okay. Bist du bereit? Ja. Wirklich? Ja. Okay. Tausend Ruhibuis. Hey. Wow, wow, wow. Das läuft viel schneller als ich dachte. Nein. Nein. Hey. Hey. Okay, okay, okay. Oh, 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 oh. Oh, nein. Komm, warte mal. Wir holen uns noch mal eine Eichel, eine Flugeichel, damit wir wieder Flughörnchen sind. Ja. Sicher ist sicher. Ich will auch eins. So. So, nochmal zurück. Also. Okay. Komm, diesmal schaffen wir das, ja? Ja, okay. Ich warte, bis die Kamera mich mitzieht. Ich hatte Angst vor den Ruhibuis. Hier kann die Kamera dich nicht mitziehen. Okay, komm. Hier bist du ja auf festem Boden. Oh, nein. Spring. Oh, nein. Oh, nein. Oh, 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 oh. Du schaffst es. Oh, ha. Oh, 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 oh. Wie hast du das gemacht? Das weiß ich nicht. Und bloß... Oh, nein. Wie knapp das war. Okay, jetzt geht es nochmal nach unten. Ich nehm dich nochmal kurz mit runter. Ja. So, jetzt gibt es... Entschuldigung. Ich nehm auch noch eins. Warte. Genau, nimm alle eine mit. Und dann schauen wir mal, was da drüben ist. Öffne die Tür. Okay. Okay. Das ist immer in deinem Level. Ja, stimmt. Aber ohne dich hätte ich das Level nicht geschafft. Ach, war es doch. Oha. Jetzt müssen wir hier hoch. Oha. Oha. LL-Girl. Jetzt du. Jetzt bist du an der Reihe. Okay, ich versuche mein Bestes. Warte. Hip. 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 Ja, gut, gut, gut. Jetzt bin ich natürlich im Weg, aber jetzt... Flug, flug. Schultertaste, Schultertaste. Oh, nein. 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 Oh, oh. Abstürzt. Aber du kommst nach oben. Ja. Und jetzt kommst du zurück. Wow. Jetzt, Achtung, auf den Squizzle Whizzle. Okay, ich gebe mein Bestes. Warte. Und? Mach dich bereit. Bäm. Sehr gut. Und ich spring hinterher. Wow, mit Flugkostüm. Perfekt. Bleibt katztastisch.